Seit Juni befinden sich die ukrainischen Truppen in Saporizhia in der Offensive. Trotz einiger lokaler Erfolge ist es den ukrainischen Truppen nicht gelungen, die Front zu durchbrechen und einen entscheidenden Sieg zu erringen. Doch der Kampf um Saporizhia geht weiter. In den letzten Wochen hat Kiew Attack-Ems-Raketen mit einer Reichweite von 165 Kilometern erhalten. Dies stellt eine große Herausforderung für die russische Logistik dar, die bereits Schwierigkeiten hatte, sich an die Bedrohung durch die Standard-Heimers-Raketen mit einer Reichweite von 70 Kilometern anzupassen. Mikhail Lopodolak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten, kommentierte die Ankunft der Attack-Ems wie folgt, Zitat Ein neues Kapitel des Krieges hat gerade erst begonnen. Es gibt keine sicheren Orte mehr für die Russen. Mittelfristig werden die Russen nicht in der Lage sein, den Süden, die Krim und die Schwarzmeerflotte zu halten. Der Countdown hat bereits begonnen. Zitat Ende Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Pläne für neue russische Transportkorridore und darauf, wie Attack-Ems die Berechnungen des Kremls beeinflussen. Kartiert Seit dem Beginn der Invasion in der Ukraine stehen die Russen vor enormen logistischen Problemen. Sie zwangen die russische Armee im März 2022 zum Rückzug aus den Außenbezirken von Kiew und im November zur Evakuierung des Brückenkopfes von Kherson. Die Logistik ist für Moskau umso schwieriger, als die russische Armee vollständig auf den Schienenverkehr angewiesen ist. Besonders deutlich wird diese Abhängigkeit an der Südfront. Diesem Thema haben wir ein umfangreicheres Video mit dem Titel Fragile Logistik, Russlands Schwachpunkt in Saporizia, gewidmet. In dieser Folge von Kartiert wird dieses Material mit den neuesten Ereignissen aktualisiert. Im Juni starteten die Ukrainer ihre lang erwartete Offensive in Saporizia. Trotz des Einsatzes beträchtlicher Kräfte und mehr als viermonatiger Kämpfe hat die Offensive den Ukrainern nur sehr begrenzte Erfolge beschert. Tatsächlich wurden nur in zwei Sektoren größere Fortschritte erzielt. In der Nähe des Dorfes Robotin und in der Nähe des Dorfes Velka Novosilka. Dies waren nur lokale Erfolge, die nicht zu einem Durchbruch entlang der Front führten. Die Bodenoffensive war jedoch nur ein Teil einer umfassenderen ukrainischen Operation an der Südfront. Parallel dazu startete Kiew einen intensiven Angriff auf das russische Hinterland. Ziel war es, wichtige Straßen- und Eisenbahnverbindungen zu zerstören und so die Logistik des Gegners lahmzulegen. In dieser Zeit wurde die Krimbrücke zweimal von der Ukraine angegriffen, zuerst im Juli und dann im August. Ein Teil des Straßenabschnitts der Brücke stürzte ins Meer, aber die Brücke wurde nicht vollständig zerstört. Auch die ukrainischen Angriffe auf die Brücken über den See Sivasch, die die Krim mit der Region Kherson verbinden, waren nur zur Hälfte erfolgreich. Die Eisenbahnbrücke über den Sivasch wurde nur einmal, Ende Juli, erfolgreich angegriffen, aber der Schaden war minimal. Die Russen führten rasch Reparaturen durch und die Züge mit Kriegsmaterial aus Russland fuhren wieder nach Saporizia. Obwohl es den Ukrainern gelang, einige der Straßenbrücken über den Fluss Sivasch zu beschädigen, waren die Auswirkungen auf die russische Logistik also minimal. Die Russen errichteten rasch mehrere Pontonbrücken, die sich angesichts des flachen und engen Wassers des Sivasch als ausreichend für den Transport von Versorgungsgütern erwiesen. Anfang Oktober, nach vier Monaten schwerer Kämpfe, sah die Lage an der Saporizia-Front für die Ukrainer düster aus. Zwar war es ihnen gelungen, in einigen Abschnitten einige Kilometer vorzurücken, doch das stark befestigte Gelände führte dazu, dass die lokalen ukrainischen Erfolge nicht zu einem Durchbruch an der Front führten. Auch die Angriffe auf das russische Hinterland waren nur von begrenztem Erfolg gekrönt. Die Ukrainer machten den russischen Nachschublinien zwar das Leben schwer, legten die russische Logistik aber nicht lahm. Die Ukrainer werden ihre Angriffe auf Saporizia in den kommenden Monaten sicherlich fortsetzen, aber die erste Runde der Schlacht um Saporizia haben die Russen gewonnen. Moskau ruht sich jedoch nicht auf seinen Lorbeeren aus. In den letzten Monaten wurden auf russischer Seite der Front intensive Befestigungsarbeiten durchgeführt. Bestehende Befestigungen werden ausgebaut und neue Befestigungslinien tief in der Frontlinie errichtet. Die Befestigungen sollen das Vorrücken der ukrainischen Armee verlangsamen und ihr Potenzial für weitere Offensivoperationen brechen. Die Russen bauen jedoch nicht nur Befestigungen. Im September wurde bekannt, dass sie mit den Arbeiten an einer neuen Eisenbahnlinie begonnen haben, die Melitopol mit Russland verbinden soll. Derzeit gibt es keine solche Direktverbindung nach Russland und alle Züge von Rostov nach Saporizia müssen einen Umweg über die Krim machen. Infolgedessen ist die russische Logistik in Saporizia sehr anfällig, wobei die Krimbrücke und die Eisenbahnbrücke über den Sivash in Chonar die anfälligsten Punkte sind. Würde auch nur eine dieser Brücken außer Betrieb genommen, könnten Züge, die Nachschub für die in Saporizia kämpfende russische Armee transportieren, nicht mehr verkehren. Zwar waren die ukrainischen Angriffe auf die Eisenbahnbrücken, wie eingangs erwähnt, bisher nicht sehr wirkungsvoll, aber die Angst vor ihrer Zerstörung hält das russische Personal mit Sicherheit nachts wach. Aus diesem Grund wollen die Russen ihre Logistik völlig unabhängig von der Eisenbahnverbindung über die Krim machen. Ukrainischen Geheimdienstinformationen zufolge wollen die Russen eine neue Eisenbahnlinie bauen, um eine direkte Verbindung zwischen Rostov und Saporizia herzustellen. Die Strecke würde zwischen den Städten Rostov, Mariupol, Berdiansk, Militopol verlaufen. Die ukrainischen Berichte werden auch vom britischen Geheimdienst bestätigt, der in seinen Analysen häufig auf die Abhängigkeit der russischen Armee vom Schienenverkehr hinweist. Interessanterweise hat Moskau nach Angaben der Briten hauptsächlich private Auftragnehmer für das Projekt angeheuert und nicht die Eisenbahntruppen der russischen Föderation, die etwa 30.000 Mann stark sind. Einerseits soll dies vermutlich die Ukrainer von Angriffen abhalten, bei denen zivile Auftragnehmer getötet werden könnten. Andererseits hält es die Eisenbahntruppen in Bereitschaft, um wichtige Eisenbahninfrastrukturen auf der Krim sofort zu reparieren, falls die ukrainischen Angriffen zum Opfer fallen sollten. Vorläufig bestätigen Fotos, dass die Arbeiten hauptsächlich auf dem Abschnitt zwischen Mariupol und Rostov begonnen haben. Die Russen haben sich eine ehrgeizige Aufgabe gestellt. Um das Projekt der Verbindung von Rostov mit Militopol zu verwirklichen, müssen sie 50 Kilometer Eisenbahnstrecke zwischen Rostov und Mariupol, 80 Kilometer zwischen Mariupol und Berdiansk und 105 Kilometer Eisenbahnstrecke zwischen Berdiansk und Militopol bauen. Dabei handelt es sich um Mindestwerte, bei denen davon ausgegangen wird, dass die Eisenbahnstrecke entlang der Hauptverkehrsstraßen verläuft. In der Praxis müssen aufgrund des Geländes möglicherweise mehr Streckenkilometer verlegt werden. Es ist schwer zu sagen, wie lange die Russen brauchen werden, um dieses Projekt fertigzustellen. Höchstwahrscheinlich wird es viele Jahre dauern. Doch die Ukrainer geben die Hoffnung nicht auf. Nach Ansicht von Kiew ist ein Sieg in Saporizia noch möglich. Das Zünglein an der Waage für die ukrainische Seite soll die Lieferung von Attack-Ams-Raketen sein, die in der Lage sind, Präzisionsschläge im tiefen Hinterland des Feindes auszuführen. Und jetzt präsentiere ich euch kurz unseren Partner, der diesen Kanal hier unterstützt, XTB. XTB ist ein europäischer Online-Broker zum Handeln und Investieren und ist in Deutschland bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der BaFin, registriert. In fast 20 Jahren konnte der Broker das Vertrauen von über 720.000 Kunden gewinnen. Darüber hinaus wurde XTB mehrfach ausgezeichnet, unter anderem bei der Brokerwahl von Brokertest als bester CFD-Broker 2023 oder von Investopedia als bester Broker für niedrige Kosten. Bei XTB handelst du echte Aktien und ETFs ohne Provision, erhältst kostenlose Bildung zum Thema Finanzen und hast Zugriff auf diverse Finanzprodukte. Wenn du dich über den Link in der Beschreibung bei XTB anmeldest, unterstützt du diesen Kanal. Am 17. Oktober gaben die ukrainischen Streitkräfte bekannt, dass sie eine Operation mit dem Codenamen Dragonfly durchgeführt haben. Ziel waren die Flugplätze von Berdyansk und Lugansk, die tief hinter der Frontlinie lagen. Bald wurde bekannt, dass die Ukrainer bei dem Angriff Attack-Ims-Raketen eingesetzt hatten. Bilder der getroffenen Flugplätze ließen darauf schließen, dass die Ukrainer eine ältere Version der Attack-Ims-Rakete, den Block 1, erhalten hatten. Diese Raketen haben eine Reichweite von etwa 165 Kilometern und einen Gefechtskopf mit 950 M74 Submunitionen. Die Operation Dragonfly war ein voller Erfolg. Satellitenbilder bestätigten die Zerstörung oder Beschädigung von bis zu 21 russischen Hubschraubern auf den Flugplätzen von Berdyansk und Lugansk. Dies sind einige der größten Verluste, die die russische Luftwaffe seit Beginn des Krieges erlitten hat. Es ist kein Zufall, dass die Flugplätze von Berdyansk und Lugansk der Operation Dragonfly zum Opfer fielen. Die auf diesen Flugplätzen stationierten Hubschrauber spielten eine Schlüsselrolle bei der russischen Verteidigung von Saporizhia. Sie fungieren als eine Art Feuerbrigade. Wann immer die Ukraine an irgendeinem Abschnitt der Front begann, tief in die russischen Stellungen einzudringen, riefen die Russen sofort ihre Hubschrauber herbei und zwangen die Ukraine zum Rückzug. Die Ankunft von Attack-Ims-Raketen in der Ukraine erschwert den Einsatz von Hubschraubern zur Verteidigung von Saporizhia. Dies bedeutet nämlich, dass die Hubschrauberstützpunkte aus der Reichweite der Attack-Ims verlegt werden müssen. Dadurch verlängert sich wiederum ihre Reaktionszeit. Während die Hubschrauber, die in Berdyansk stationiert waren, die Front in etwa 25 Minuten erreichen konnten, werden sie nun bis zu einer Stunde brauchen, um die Front zu erreichen, nachdem sie aus der Attack-Ims-Reichweite verlegt wurden. Die Attack-Ims erschweren die Situation nicht nur für die Hubschrauber, sondern für das gesamte russische Hinterland. Die meisten russischen Nachschubdepots befinden sich jetzt nämlich in Reichweite des Feindes. Die Anpassung an die neuen Kampfbedingungen wird für die russischen Logistiker ein großes Problem darstellen. Bei der Analyse der Gegenmaßnahmen, die die Russen jetzt ergreifen können, sollte man sich daran erinnern, wie sie sich an die Präsenz von Haimars-Werfern und M-31-Raketen mit einer Reichweite von etwa 70 Kilometern angepasst haben. Die Haimars-Raketen kamen letzten Sommer in der Ukraine an. Zusammen mit ihnen erhielt Kiew auch M-31-Raketen mit einer Reichweite von etwa 70 Kilometern. Kurz darauf begannen die Ukrainer mit intensiven Angriffen auf feindliche Nachschubdepots, die die Russen unvorsichtigerweise sehr nah an der Frontlinie platziert hatten. Die Russen folgten dem Weg des geringsten Widerstands und evakuierten einfach alle wichtigen Nachschubdepots aus der Reichweite der Haimars-Werfer. Dadurch verlängerten sich die russischen Nachschublinien, aber ihre Logistik wurde nicht lahmgelegt. Die Ankunft der Attack-Ims-Raketen stellt jedoch eine viel größere Herausforderung dar. Obwohl die Ukrainer eine ältere Version der Attack-Ims-Block-1-Rakete erhalten haben, ist diese immer noch in der Lage, Ziele in einer Entfernung von 165 Kilometern zu treffen. Das bedeutet, dass der gesamte Donbass, Saporischia und sogar der nördliche Teil der Krim nun Ziele für präzise ukrainische Raketenartillerieangriffe werden könnten. Russische Nachschubdepots in Reichweite des Attack-Ims-Block-1 sind nicht sicher und sollten so schnell wie möglich evakuiert werden. Dies bedeutet jedoch, dass sich die Länge der russischen Nachschubwege mehr als verdoppeln wird. Einzelne Konvois werden hunderte von Kilometern zurücklegen müssen, um die Kampftruppen zu versorgen. Schon eine Verzögerung von wenigen Stunden in der Versorgungskette könnte über Sieg oder Niederlage in der Schlacht um Saporischia entscheiden. Kiew hofft, dass die Attack-Ims-Raketen das Gleichgewicht des Krieges zugunsten der Ukraine verändern werden. Doch das ist alles andere als sicher. Medienberichten zufolge haben die Ukrainer nur eine sehr geringe Anzahl von Attack-Ims-Raketen erhalten. Einige Quellen berichten von nur 20 Raketen. Vielleicht handelt es sich nur um die erste Lieferung und die Ukrainer werden bald weitere Lieferungen erhalten. Möglicherweise umfassen die neuen Lieferungen dann Attack-Ims-Block-1A-Raketen, die Ziele in 300 Kilometern Entfernung treffen können. In dieser Ungewissheit müssen die russischen Planer operieren. Theoretisch könnte schon ein einziger Attack-Ims-Block-1A-Raketenschlag auf ein Ziel, das mehr als 200 Kilometer von der Frontlinie entfernt ist, die Russen zwingen, sich weiter auf wichtige Lager und Konzentrationsstätten zurückzuziehen. Ein zweites Szenario ist jedoch nicht auszuschließen, nämlich dass Washington den Ukrainern Attack-Ims-Raketen als Tropfhilfe in kleinen Chargen in großen Abständen übergibt. Schließlich hatten die Ukrainer die USA seit über einem Jahr um Attack-Ims-Lieferungen gebeten, was die beiden Administrationen wiederholt mit dem Hinweis auf ein zu großes Eskalationsrisiko abgelehnt hatte. Washington blockierte die Lieferung von Attack-Ims-Raketen auch dann noch, als die Briten den Ukrainern im Mai 2023 Storm Shadow Marschflugkörper mit einer Reichweite von etwa 250 Kilometern übergaben. Es sei auch auf die Unterschiede zwischen den beiden Raketen hingewiesen. Storm Shadow ist ein Marschflugkörper für niedrige Flughöhen, dessen 450 Kilo schwerer Sprengkopf tief in ein Ziel wie einen Bunker, einen Schutzraum oder das Hauptquartier des Schwarzmeerflottenkommandos in Sevastopol eindringen kann. Die Attack-Ims Block 1 hingegen ist eine ballistische Rakete mit einer parabolischen Flugbahn. Anders als die Storm Shadow ist sie nicht gegen stark befestigte Ziele wirksam, aber ihre 950 M74 Submunitionen sind ideal für die Zerstörung verstreuter feindlicher Kräfte, wie zum Beispiel der Hubschrauber auf den Flugplätzen von Berdiansk und Luhansk. Attack-Ims können aber auch Brücken zerstören. Dazu müssten die Amerikaner Kiew mit Raketen der Variante M48 mit einem einzigen 230 Kilogramm Sprengkopf oder mit GLSDB einer de facto in eine Rakete umgewandelte Bombe mit einer Nutzlast von 100 Kilogramm beliefern. Es wird erwartet, dass Kiew die letztere Variante noch in diesem Winter erhält. Mit anderen Worten, die Ukrainer waren zwar bereits in der Lage, den Feind in einer Entfernung von mehr als 160 Kilometern anzugreifen, aber sie waren nicht in der Lage, große verstreute Gruppen in einer solchen Entfernung zu vernichten. Das Auftauchen von Attack-Ims in der Ukraine stellt somit ein großes Problem für das russische Personal dar. Die Munitionsdepots müssen tief in die Frontlinie verlegt werden, was wiederum die Nachschubwege verlängert. Außerdem werden die Ukrainer mit Sicherheit die strategische Eisenbahnbrücke bei Chonar über den Sivasch ins Visier nehmen, sobald sie die GLSDB-Raketen erhalten haben. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Attack-Ims keine Wunderwaffe ist, die die Russen in diesem Winter auf magische Weise besiegen wird. Regelmäßige und präzise Angriffe auf das russische Hinterland können das Potenzial des Gegners jedoch schrittweise schwächen, seine Logistik lahmlegen und den Boden für eine weitere Schlacht an der Saporizia-Front bereiten, die wahrscheinlich im nächsten Jahr stattfinden wird. Letztendlich wird es jedoch an den ukrainischen Bodentruppen liegen, einen weiteren Schlag auszuführen, die Front zu durchbrechen und den Landkorridor zwischen der Krim und Russland zu beseitigen. Bei der Analyse der Auswirkungen von Attack-Ims auf den Verlauf des Krieges in der Ukraine soll man auch bedenken, wie Moskau auf diese Veränderung reagieren könnte. Die Russen haben keine Waffen in ihrem Arsenal, die ihre Truppen gegen Attack-Ims-Raketen verteidigen könnten. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Kreml auf die Eskalation mit einer Eskalation reagiert, nicht mit Atomwaffen, sondern mit ballistischen Raketen. Da die Russen nicht in der Lage sind, ukrainische Angriffe auf ihr Hinterland zu stoppen, könnten sie mit ähnlichen Angriffen auf das Hinterland der ukrainischen Streitkräfte antworten. Aber Russlands Vorrat an ballistischen Raketen ist nach eineinhalb Jahren anhaltender Kampagne begrenzt. Dennoch könnte der Iran zur Rettung kommen. Am 18. Oktober 2023 läuft das iranische Exportverbot für ballistische Raketen aus, das auf der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats beruht. Der Iran kann dann legal mit dieser Art von Waffen handeln. Dies ist wichtig, da der Iran über ein hochentwickeltes Programm für ballistische Raketen verfügt und die Russen bereits mehrfach ihren Wunsch bekundet haben, iranische Raketen zu kaufen. Als der russische Verteidigungsminister Sergej Shulgu im September Teheran besuchte, war die Frage des Verkaufs ballistischer Raketen eines der Hauptgesprächsthemen. Der iranische Verteidigungsminister General Mohammad Reza Ashtani erklärte ausdrücklich, dass der Iran bereit sei, nach dem Auslaufen der Resolution mit allen befreundeten Staaten eine Zusammenarbeit im Bereich ballistischer Raketen aufzunehmen. Es könnte also sein, dass die Lieferung von Attackams Raketen tatsächlich eine neue Etappe im Krieg zwischen der Ukraine und Russland einläutet. Sie wird aber nicht nur durch die Aushungerung der russischen Logistik, sondern auch durch den verstärkten Einsatz ballistischer Raketen, amerikanischer auf der einen und iranischer auf der anderen Seite, bestimmt sein. Das war eine Folge unserer Kartiert-Serie. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du Good Times, Bad Times jetzt abonnieren. Dann verpasst du in Zukunft keine weiteren Videos mehr über die Entwicklungen in der Ukraine. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.